Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Thief Simulator oder auch Einbrecher Simulator 2 auf dem Weg zu unserem treuen Freund, dem Händler, denn wir haben da so ein paar Sachen zum Abgeben, die ich ganz gerne abgeben würde und wir brauchen 5000 Euro für ein Auto Dietrich, Autoschloss Dietrich. 5000 Euro, das ist ein absolutes Brett, aber gut. Für die Kaffeemaschine, okay Junge, also 100 für den Protektor nehme ich, 300 für den Laptop jeweils, 500 für die Schreibmaschine nehme ich auch mit, ja gut das Ding, also 600 für den Flachbildfernseher, jetzt bin ich gespannt, was es für den LP Drucker gibt, 500 nur, da fehlen ja immer noch 1100, ich kann doch jetzt nicht schon wieder, ja gut, da müssen wir jetzt von der Bank noch was holen, oder habe ich noch was, nee. Warte mal, jetzt, jetzt hier schon wieder Musik an oder, nee. Wegen Copyright und so, habe ich nicht so Lust drauf. So, aber dann geht es auf jeden Fall wieder zurück zum Haus und, ja da müssen wir uns leider wieder was vom, äh, vom Konto ziehen, 1100. Ja, das nimmt kein Ende, das Ganze. Das nimmt kein Ende. So, äh, Darkbank abheben und zwar hätte ich ganz gerne, ja so ungefähr. Und dann, hier, hier und dann, Autoschloss Dietrich, da haben wir, da kriegen wir wieder einen Anruf, was soll der jetzt schweigen, man braucht, machst du mich kalt, denk dran, ich will auch meinen Teil, du brauchst meine Hilfe. Also stehen wir ein Auto, ich sehe, stelle nur sicher, dass du das Tor als letztes, aha, aufschließt, ja. Ja, klaue das rote Haus, was, klaue das rote Haus bei 106 und fahre nach Hause. Gut, ich klaue das Haus, gut. Mache ich, kein Problem. Also ich klaue auf jeden Fall das Haus. Sihi. Na, Sihi, das Dumme ist halt, da stand gerade nicht mal ein Auto drin. So, also, stehe ich gerade nicht wie, so. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ich bin falsch abgebogen. So, auf jeden Fall, da stand gerade nicht mal ein Auto drin, was soll ich da für ein Auto klauen? Das heißt, ich muss jetzt die Scheibe kaputt machen. Das ist doch schon wieder zum Mäuse melken. Das heißt, ich darf jetzt die Scheibe kaputt machen? Ne, das geht ja auch nicht, ich kann doch jetzt die Scheibe nicht kaputt machen. Das geht doch nicht. Kann ich doch nicht machen. Das kann ich doch nicht machen. Das geht doch nicht. Wenn ich die off mache, dann sind die doch gleich wieder aggressiv. Wenn ich jetzt die Scheibe einschlage, dann sind die doch alle wieder aggressiv. So, dann kannst du wieder gucken, wo du dich versteckst und dann... Nee, du. Jetzt muss ich gucken, wie ich hier überhaupt reinkomme. Ich könnte auch einfach durch den Vordereingang reingehen. Ich sehe gerade keiner zur Küche und Schlafzimmer. Ich glaube, wir gehen einfach rein. So. So. Sonst hört keiner. Könnte man auch drüber klettern. Wie gesagt, das Ding ist halt, ich kann das Ding jetzt nicht kaputt machen. Auch wenn ich da für 1000 Dollar kriege, das kann man irgendwann mal machen. Aber ich muss ja jetzt hier auch reinkommen. Also wenn ich nur das Fenster kaputt machen würde, würde ich sagen, okay. Habe ich kein Problem damit. Wartezimmer, Schlafzimmer. Ja, toll. Die alte ist auch noch genau hier neben. Die mich hören, wenn ich hier mache. Nö. Aber das ist Garagentorschalter und auch aber Sicherheitspanelgarage. Jetzt hätte ich noch irgendwas, was hier so ich mitnehmen könnte. Nö, nicht. Nichts Besonderes. Das Ding ist aber, ich muss ja irgendwie das... Also es reicht ja nicht, wenn ich... Wenn ich... Äh... Es reicht ja nicht, wenn ich nur die Garage aufmache. Ich muss auch irgendwie das Tor aufmachen oder nicht. Okay, die ist ja gleich daneben. Nee. Schlafzimmer. Nee, wieder Badezimmer. Hm. So, auf und davon. Auf und davon, Junge. Auf und davon. Das ist ja so eine Krücke, ey. Was ist denn das für ein hässliches Auto, ey? Also jetzt mal... Jetzt mal no joke. Was ist denn das für eine Krücke? Aber... Ich habe gerade die Miete... Äh, toll. Chef der Lombardis. Da ist er wieder. Ich brauche das Getriebe und den Katalysator. Schickt mir das alles über Blackbell, wenn du fertig bist. Ja, gut. Das heißt, einmal Auto auseinandernehmen. Oh, ich habe noch 4 Dollar. Was soll denn der Mist? Ich habe noch 4 Dollar, Junge. Sehr schön. Das heißt, es ist endlich Einweihung. Es ist endlich Einweihung von der tollen Garage hier. So, machen wir so. Können wir auch mal von hier machen. Es ist Einweihung. So, das heißt, einmal hochfahren hier den Lachs. Wir müssen nämlich drunter. Was heißt drunter? Eigentlich können wir das Ding eigentlich komplett auseinanderschrauben, um alle Einzelteile zu verkaufen. Also bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, wir müssen sogar alles auseinandernehmen. Ansonsten gibt der uns so wenig für das Auto. Der Kollege da, an dem wir es verkaufen. Ich glaube, der gibt uns so wenig dafür, dass es sich schon fast gar nicht lohnt. Deswegen müssen wir das eh hier. Deswegen nehme ich das einfach komplett auseinander und dann ist gut. Aber das nehmen wir mit. Mal gucken, was hier noch nicht fest ist. Das ist der Motor auf jeden Fall. Da werden wir mal das Ding wieder runterlassen. Denn ich muss von oben ran. Ich muss hier die Motorhaube aufmachen und dann anfangen mit dem. dem Schläuchle hier. Der Zuführleitung und danach können wir halt alles andere auch abmachen. Zündkabel, Zylinderabdeckung. Aus... Was sind das? Einlass-Nockenwelle. Okay. Das andere war wahrscheinlich die Auslass-Nockenwelle. Weil für alle Sachen einzeln kriegt man halt mehr, wie wenn man das Ganze einfach als Ganzes verkauft. Weil wenn du das alles als komplettes Auto baust, dann hat man eben das Problem, dass man eben einen Listenpreis bekommt. Also so viel, wie das Auto normal wert ist, also wie die Karosserie wert ist, so viel Geld bekommt man dann auch nur. Plus ein bisschen. Aber man bekommt nicht, äh, so wie jetzt die ganzen einzelnen Teile und alles bezahlt. Deswegen... Was ich natürlich auch sehr schön finde, zum letzten Teil ist auf jeden Fall, dass, ähm, die Schrauben sich jetzt selber rausdrehen. Also, dass man jetzt nicht mehr jede Schraube einzeln drehen muss, sondern das Ganze entspannt hat jetzt mit, äh... Das Ganze entspannt hat mit, ähm... Sag schon. Äh... Das, naja gut, dass halt die Schrauben einfach rausgeschraubt werden. Weil vorher war es so, man musste jede Schraube einzeln rausschrauben. Und das war dann auf Dauer halt einfach lästig. Und jetzt schrauben die sich halt von alleine raus. Und, äh, jo. Dann ist das Ganze auch gut. So, wie es ist. So, Nummer 1. Und das Rad. Die sechs Schrauben raus. Und dann... Können wir den Reifen abnehmen. Die Bremsscheibe. Das war auch mal alles separat. Oder da war auch alles mal richtig einzeln und allen möglichen Schnulli. Aber gut. Aber hier, Gesamtteilwert 260. Also gut. Man muss jetzt natürlich sagen... Also, der berechnet hier für einen Reifen gerade 50 oder so. Mal 180. Wenn ich jetzt den Reifen raus schraube. Haben wir noch. Ja, 50. 50 Euro für den... 50 Euro für den Reifen und 30 für die Bremsanlage. Gut. Mehr kann man erstmal nicht dran machen. Ich würde sagen, wir gehen an den... Mücke noch... Das Zeug jetzt alles verkaufen, weil es alles nicht mehr gebraucht wird. Sintkabel... Ölwanne. Stofftank. Mitteldämpfer, Abgrümmer, Auslass, Nockenwelle, Einlass, Nockenwelle. Gebrauchte Kupplung. Genau, also das ist das, was wir jetzt nicht mehr brauchen in dem Rang. Gut. Dann gehen wir mal rüber. Und geben das Zeug mal über Black Bay ab. So. Dann Automobil. Das da, das da, das da. Und schon haben wir wieder... 3500 Euro gemacht. Also, das hat schon deutlich mehr gebracht, als jetzt den so zu verkaufen. So. Hey, hast du versucht, einige Verträge abzuschließen? Das ist gutes Geld und bietet Erfahrung. Probier's aus. Lol. Ja gut, einen muss ich noch machen. Auch nicht schlecht. Aber da habe ich jetzt kein Problem damit. Einen machen wir. Einen können wir machen. Madison Street? Genau. Also, einen können wir machen. Damit habe ich jetzt kein Problem. Das geht eigentlich recht zügig. Und... Vorher müssen wir aber nochmal zum... Äh... Zum Pfandhändler. So. Also hier gleich... Zum Kollegen. Wobei wir bei dem wahrscheinlich nicht die Autoteile verkauft kriegen. Das wird dann wahrscheinlich wieder so ein Problem werden. Also... Wenn man das verkauft, was wir verkaufen können. Und dann... Ja. Genau so sieht es nämlich aus. So. Oh, fast wieder 1000 gemacht. Also das ist geisteskrank. Also so irgendwie 900 irgendwas haben wir jetzt gemacht. So. Da habe ich aber tatsächlich noch ein bisschen was mit. Aber es ist nicht so schlimm. Das können wir dann später noch... Äh... Abgeben. So. Dann fahren wir jetzt hier runter zum Telefon. Dann können wir noch einen Auftrag machen. Ein. Und dann... Ist auch schon gut. So. Was gibt es denn? Siehe unbemerkt den markierten Gegenstand von 107. Mann, 107 ist doch da oben. Die 107 ist doch hier oben, Alter. Hier. Toll. Was hat auch noch bei denen, ey. Bei denen habe ich sowieso schon kein gutes Ansehen. Sind doch auch alle aktuell zu Hause. Muss ich gucken, warte mal. Muss ich mit der Drohne gucken. So. Ja, der guckt da halt direkt drauf auf den. Da guckt der da direkt drauf. Ach, Menno. Also ich muss jetzt warten bis... Was ist denn das? Bis 16 Uhr? Ne, bis 8 Uhr oder so. 8 Uhr. Also einmal bis 8 Uhr warten. Also machen wir das doch in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und lasst doch gerne eine positive Bewertung. Da würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten habt noch einen entspannten Tag. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Und ciao.